Der französische Konzertbianist und Pädagoge Michel Sonny hat die beiden Wunderkinder nach Tirol gebracht und sie in der Villa Schindler zu dieser Reife geführt. Ein bisschen Nachhilfe kann da gar nicht schaden, Herr Redakteur. Allein, da wundern sich die Wunderkinder. Das andere an ihren beiden neuen Schülerinnen. Eh bien, c'est deux petites filles, c'est deux jeunes enfants, au talent tout à fait exceptionnel, exceptionnellement doué, qui représentent des aptitudes, comme j'en ai rarement vu, à cet âge. Herr Sonny hat seine zwei kleinen Schülerinnen, jungen Schülerinnen, außergewöhnlich begabt sind und dass er ganz, ganz selten in seiner Karriere, sein Mädchen sind nicht so begabt sind und so. Alles schon heute, schon dazu haben, dass sie immer gute Päd, also große Pädestinien haben. Si les enfants, le terme des enfants prodiges n'était pas un terme galvaudé, on dirait aujourd'hui, ce sont vraiment des enfants prodiges et qui représentent aujourd'hui un espoir tout à fait réel, de devenir de très grands artistes. Ja, wenn da, wenn man das Wort Wunderkinder noch in der Bund nehmen dürfte, dass man euch denn ja nicht mehr sagen sollte, dann würde es aber wirklich zu diesen beiden Mädchen passen, weil sie wirklich alles haben, wie gesagt, eine gute Pädestinien zu haben. Die beiden verbringen den Sommer bei Ihnen, absolvieren hier eine Meisterklasse. Was haben Sie alles gemacht? Sie kommen regelmäßig, nicht nur im Sommer. Wir haben regelmäßig Meisterklasse mit den Kindern oder mit anderen Pädestinien, überall herkommen. How long do you play? I'm playing six years. Yeah? Cathy, kommt aus Georgien, sie spricht aus Seixian. And how often do you practice and how long do you practice every day? In Georgio I played seven hours and in here three. Sie? Ich bin ja nicht mehr, 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 ich bin ja nicht mehr Vielen Dank.